Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dauntless Video. Hallo und guten Morgen Shepard Schelle, auch ein geiler Name. Gefällt mir auch sehr gut. Im heutigen Video soll es um zwei Pistolen-Bilds gehen. Da geht ein Dank an Only und an Shadow raus, die mir diese Builds gegeben haben. Beziehungsweise gesagt haben, Montix, was geht mit dir ab? Hast du das nicht gewusst? Und zwar geht es um folgendes Bild. Es gilt auch als eines der besten Pistolen-Bilds. Ostische Repetierpistole mit Mod eurer Wahl und so weiter. Also mit Inferno-Lauf, Hochgeschwindigkeitskammer, Kapitänsgriff. Kapitänsgriff, denke ich mal, ist auf jeden Fall sinnvoll. Hochgeschwindigkeitskammer ist austauschbar, wenn man da mit anderen Dingen halt eben spielen möchte. Genauso den Inferno-Lauf muss man halt ein bisschen aufs Monster anpassen. Oder sollte man? Glückliches Magazine, achte ich hier als sehr gut. Schmorendes Prisma passt jetzt halt super gut zum Inferno-Lauf. Das muss halt immer ein bisschen abgestimmt sein und so, gegen welches Monster es halt eben geht. Dann Zelle der wendigen Wut und Zelle des Ausweichens habe ich jetzt hier drin. Kann man auch was anderes reinmachen als Zelle des Ausweichens. Ist absolut flexibel einsetzbar. Da kann man zum Beispiel auch reinsetzen, dass man der Konditionierung, dass man halt eine bessere Ausdaueregeneration hat oder dass man öfter ausweichen kann, weil es Ausweichen weniger kostet und so. Also ist völlig egal, sage ich mal. Ich mache es jetzt mal für meinen Test. Werde ich es doch mal ganz kurz nochmal umstellen. Was haben wir da? Ja, Regeneration. Agilität habe ich eigentlich immer ganz gern. So. Genau. Die Ausweichkosten sind um 30% reduziert. Dann haben wir den Hellplattenhelm mit Zelle der wendigen Wut. Dann haben wir den Hellplattenbrustpanzer wieder mit Geschmolzen und Zelle des Raubtiers. Dann haben wir Hellplattenarmschiene mit Geschmolzen und Zelle des Wutjägers und Dornenschritt Raubtier mit Zelle der Leitung. Unten nutzen wir Embermans Rausch. Das ist unsere erste Skillung. Was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Man sieht es ja schön an dieser wendigen Wut. Also man muss ein bisschen dodgen können oder es ist halt, sage ich mal, auch ein super geiles Solo-Bild. Das hier, dass man das halt eben schön solo spielen kann. Dann nachher ein zweites Setup, da seht ihr es, da ändert sich gar nichts eigentlich, außer dass ich unten Shrikes Eifer reinsetze. Und das Ganze hier mit, mit was spiele ich es dann? Wendige Wut ist immer noch drin. Mit Ingenieur dann halt eben. Es fällt Leitung raus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, Leitung fällt raus. Und dafür kommt der Ingenieur rein. So kann man halt ein super geiles Ingenieur-Bild auch spielen. Und weil eben die Leitung draußen ist und man das alles später triggert oder wie auch immer. Oder diesen Push halt nicht bekommt, diese 80, also macht schon Sinn, diese, wie viel ist es? Jetzt muss ich gerade selbst mal gucken. Genau, 8 Sekunden lang, 25% Angriffsgeschwindigkeit. Die fallen halt hier weg. Ja, bin ich eigentlich absolut der Meinung, dass wir dann hier im Slot 7 jetzt, das in dem Ingenieur-Bild, dass wir dann hier Shrikes Eifer nutzen. Denn dort haben wir dann die Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, die ist egal. Aber eine Aura, die allen Slayern in der Nähe 15 Sekunden lang mehr Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit gewährt, finde ich dann definitiv besser. Also würde ich auf jeden Fall so spielen. Spielen wir zuerst mal Slot 6, also das Solo-Bild. Machen wir eine Patrouille, am besten eine Frost-Patrouille, um das mal ein bisschen zu sehen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so ein bisschen von meinem Gameplay. Und dann möchte ich euch das einfach mal ein bisschen zeigen, was das so raushaut. Ich werde auch die Dränke nutzen, um ein bisschen auch den Schaden zu zeigen, der da möglich ist. Und dann passt das schon, denke ich mal. Also es sind absolut gute Builds. Vor allem, wir haben sie jetzt für diese Woche, für die Prüfung wollten wir sie eigentlich nutzen. Da haben sie mir die vorgeschlagen, also Only on Shadow, haben gesagt, ja, spiel das doch so und hin und her. Da wollten wir halt mit den Pistolen hier rangehen. Wahrscheinlich zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt sind wir immer noch so ein bisschen bei den Pistolen. Aber ich merke schon, es rumort in der Gruppe. Die Gruppe möchte eher auf Fäuste, Hammer oder die Chainplates wechseln und damit eher den Panga angehen. Falls ihr das Video später seht, in dieser Woche war die Furchtlose oder die Prüfung generell war halt eben Panga. Nur, dass ihr Bescheid wisst, von was ich da rede. Ja, und was halt schlecht ist an dieser Skillung, ist halt die Resistenz, die drauf ist. Boah, heute Morgen stotter ich mir wieder einen ab. Ich hoffe, mein Mikrofon ist laut genug. Da habe ich auch so meine Bedenken im Moment. Das macht er auch, was es will. Aber ist schön, kannst du ja mal machen. So, und zwar haben wir halt das Problem gegen Panga, weil der halt viel Frostschaden und so austeilt. Ihr seht es ja hier, Hellplattenhelm, Hellplattenbrustpanzer und Hellplattenarmschienen. Ja, da hat man schon relativ wenig Frostresistenz drauf. Es ist halt jetzt ein wunderschönes, ja, eine Feuerskillung sozusagen. Und am besten geht man damit auch gegen Feuermonster vor. Also hier oben tauscht man dann halt eben die Mod aus und spielt zum Beispiel gegen Helion oder sowas. Könnte ich mir super geil vorstellen, weil da hat man schöne Resistenzen hier drauf. Kann vielleicht Feuerfest hier oben als Helm einbauen und ein bisschen was an den Füßen verändern. Und da könnte man zum Beispiel auch die Prüfung, wenn sie dann irgendwann mal kommt, und die wird in Zukunft jetzt irgendwann kommen, Helion als Prüfung, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man dieses Pistolenbild in leichter Abwandlung spielen kann. Vielleicht sogar genau dieses Pistolenbild. Feuerfest ist da ein bisschen das Problem. Also dass man ein bisschen Feuerschaden bekommt. Also es ist ein super geiles Bild auch gegen diese Feuermonster, sage ich mal. Feuer-Beamuffs. Ja, ist super toll, dass ich es jetzt genau andersrum vorstelle. Das war jetzt gegen Frost-Beamuffs gehen. Aber ja, das ist halt auf dieser Stufe kein Problem. Ich habe es jetzt deswegen so gewählt, weil ich die Pistolen von den Mods jetzt halt auf Feuerschaden ausgerichtet habe. Beziehungsweise, weil es einfach mein höchster Schaden ist, den ich euch auch ein bisschen zeigen kann. Die anderen Mods sind noch ein bisschen drunter. Ich glaube, da bin ich noch nicht bei 15 und so. Und meine Stimme geht gerade weg. Wunderschön. Der Frosch im Hals, er lässt grüßen. So, dann gucken wir uns das mal an. Das sind auf jeden Fall zwei richtig starke Builds, die man auf jeden Fall so spielen kann. Und jo, so sollten wir es nicht machen. Ich bin mal gespannt, wie mir das jetzt gelingt. Ich bin nicht der mega geübte Pistolenspieler. Nicht mehr. Ich war es mal so halbwegs. Wobei ich immer diese Y-Attacken da vergesse. Ja, und er haut mal halt super schnell einen Schaden raus. Ist halt schon ganz geil. So, ich lade mal hier nach und hau dann die Hochgeschwindigkeitskammer raus. Ja, und da bollern wir richtig fetten Schaden raus. Da sieht man es. Ist schon richtig geil. Sehen wir schon den ersten Teilbruch. Kann man auch zum Beispiel gegen Shroud oder sowas super geil nutzen. Kann da schön auf die Teile gehen von Shroud, die man halt zerstören möchte. Ist, denke ich mal, auch super geil spielbar. Da haut man da Schaden raus wie ein Maschinengewehr, sag ich mal. Wenn man jetzt noch geschmolzen und wenn man auch im richtigen Moment ausweicht, wenn er da Attacken auf einen fährt. Jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich die Chance und habe sie nicht genutzt. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Ja gut, Gameplay ist natürlich so eine andere Sache. Geschmolzen sollte ich auch mitnehmen, wenn es denn mal droppt. Ja, vielleicht auch so eine Idee. Ja, und natürlich auch immer hier die Mod mitnehmen. Also die, äh, ach Quatsch. Die aufgeladenen Schüsse und dann kann man da richtig was rausballern. Hochgeschwindigkeitskammer gibt alles. Ja, da brennt er schon. Ich denke, allzu lang macht der Kollege auch schon nicht mehr. Der hat schon richtig Schaden geschluckt. Ist also schon geil. Kann man echt gut spielen. Ist ein bisschen, ähm, jo. Also man hat nicht so ganz starke Probleme wie zum Beispiel mit dem Hammer, wenn man da nah ran muss. Oder mit anderen Waffen. Das ist eigentlich schon ganz geil. Und ist sicherlich auch gegen die, äh, in der einen oder anderen Prüfung gut nutzbar. Aber wie ich eben schon sagte, guckt da auch ein bisschen auf die Resistenzen. Dass die passen. Sonst seid ihr ein relativ starker One-Hit. Kann ich vielleicht auch noch zeigen, die Tage. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich dazu komme. Was mache ich denn da vom Gameplay her? Weiß das jemand? Ne. So, das war die erste Variante. Auf jeden Fall schon mal richtig stark. Und jetzt werde ich das noch ganz kurz mit der Leitung zeigen. Ist jetzt kein Geheimnis, was da passiert. Werde ich halt die Masten, ach, Leitung sage ich, die Ingenieur-Sachen werde ich da aufstellen. Und da passt das schon. Macht auf jeden Fall Laune. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Haut richtig Schaden raus. Hat man ja jetzt gesehen. Ist vom Gameplay her definitiv besser spielbar. Das habe ich jetzt nicht so geil genutzt. Vor allem das mit dem Ausweichen. Einmal gut ausweichen. Da hat man direkt mal 25 Sekunden oder 16 Sekunden. Keine Ahnung. Ich glaube 16. Hat man da wirklich schöner Schadensboost. Patrouille. Machen wir wieder eine Frostpatrouille. Und ihr seht es auch, wie schnell das dann geht. Hier Slot 7. So, und da habe ich ja gesagt, Ingenieur haben wir da drin. Ist halt in der Gruppe super geil nutzbar. Wenn es gegen irgendwelche Monster geht, wo man da ein bisschen Schwierigkeiten hat, kann man da die Masten aufstellen. Oje, oje. Schluck auf. Ja, und hier beim Ausweichen wendige Wut. 16 Sekunden lang. 25% Angriffsgeschwindigkeit. Das ist schon übel. Wenn dann gerade noch ein Drank aktiv ist, wenn dann geschmolzen droppt, dann ist es schon übel. Wenn die Laterne noch am Start ist, wenn die nachgeladen, wie heißen sie, keine Ahnung, diese Superschüsse da. Ich habe es gerade eben, glaube ich, gesagt. Ah, ermächtigt oder sowas. Genau. Wenn die Schüsse ermächtigt sind, ja, da passt das halt auch ganz gut. Ja, die Mod ist auch austauschbar. Also dort, wo ich jetzt glückliches Magazin drin habe, könnt ihr natürlich auch anders spielen. Wenn ihr sagt, nee, ich will da einen Schildaufbau drin haben oder was weiß ich. Ich will eine höhere Reichweite haben von den Schüssen her oder keine Ahnung. Also die Mods sind da flexibel austauschbar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das gegen Boreos hier läuft. Gerade speziell gegen ihn könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man da den Null-Schaden-Run macht. Also diesen unter 100-Schaden-bleiben-Run könnte man, denke ich mal, sehr gut mit so einem Bild machen. Schnell die neuen, die Viecher da umlegen, um den Schild-Bonus zu bekommen. Dann aufs Schild drauf ballern. Das dürfte, was braucht man für ein Niveau? Hier, Boreos, Frostback, nee, wie heißt der eigentlich? Weiß ich gar nicht. Hab ich jetzt echt vergessen? Oh Gott, heute Morgen ist, irgendwie ist heute Morgen mein Hirn auf. Verfolgung, Frostbemoff, ähm, ach, Dead Frost Boreos, so nenne ich den. Dread Frost Boreos, so nenne ich den echt nie. Das ist für mich immer der nervige Boreos. Mehr ist nicht. Oder Boreos. Ja, und, ähm, gegen ihn muss man das ja, glaube ich, machen hier in der Meisterschaft. Ich zeige es nur ganz kurz, von was ich da überhaupt rede. Hier, jage Dread Frost Boreos allein und erleide dabei weniger als 100 Schaden. Ich denke, das könnte mit der Skillung, also mit der ersten Skillung, sehr gut möglich sein. Hier mit der auch. Also nimmt sich ja nicht viel. Hier hat man halt noch einen kleinen Schadens-Push. Muss man halt sehen, mit was man da besser klarkommt und so. Ich würde aber die erste Skillung nutzen. Ist man schön flexibel unterwegs. Muss sich nicht an irgendwelche Masten halten. Das Ding hier würde ich dann eher, wie ich eben schon erwähnte, gegen starke Monster, ähm, ja, präferieren. Beziehungsweise in der Prüfung. Wenn jetzt bald mal wieder Feuermonster kommen, oder generell könnt ihr euch das merken, wenn Feuermonster kommen, und ihr wollt da ein bisschen auf Abstand gehen, dann ist das, denke ich mal, eine absolut sinnvolle Wahl. Ihr stellt eure Masten gleich auf, im Team oder auch eben Solo. Aber im Team macht es natürlich mehr Sinn. Und bumm, hier, Masten aufstellen, dann könnt ihr Gas geben. Das Monster wird sich Solo natürlich auch wunderschön an euch orientieren. Das ist natürlich auch geil. So, und ich spiele natürlich grottenschlecht und habe direkt den ersten Schuss mal ins Leere gesetzt. So, ein bisschen ausweichen muss man halt. Aber der macht ja gar nicht so viele Fernkampfangriffe. So ein bisschen Anstürmen macht er, glaube ich, manchmal. Wenn er dann auch so nach hinten geht, habt ihr auch die Vorteile, dass er immer das Geschmolzen dann mitnimmt, weil das schön nach hinten brockt. Das macht er halt gerne. Oh, jetzt war es halt Schwachsinn. Jetzt bleibe ich einfach offensiv dran. Ich wollte es nur mal zeigen, dass es halt möglich ist. Und auch vom Schaden, den man jetzt kassiert hat. Gut, das hier ist kein Dead Frost Breus. Aber vom Schaden her kann man es schon erkennen. Man könnte eventuell auch einen Hit dann aushalten. Also, naja, dass man trotz allem mit einem Hit den 100 Schaden Run macht. Das ist auf jeden Fall möglich, denke ich mal. So, und einfach ein bisschen defensiver spielen. Da passt das schon. Jetzt kann ich neue Masten aufsetzen. Ich mache jetzt nur die offensiven, dass wir da ein bisschen Schaden raushauen. So, ein bisschen Bewegung bleiben. Die machen normal gar nichts. Ich stelle mich jetzt echt dumm an. Wie immer halt. Oh Gott, ist das langsam, was ich da mache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ihr seht es schon. Das Bild ist natürlich ein bisschen langsamer als das erste. Was natürlich direkt schon mal einen Unterschied macht, da die Leitung nicht am Start ist. Und da hat man jetzt die Möglichkeiten halt in der Gruppe, wenn man zwei Pistolen-Spiele hat, dass der erste halt das erste Bild nutzt, der zweite das zweite. Dass ich jetzt halt zeige. Und dann hat man natürlich einen super geilen Synergie-Effekt auch mit den Masten und so. Die Geschwindigkeits-Boosts werden auf die Gruppe übertragen und so weiter. Also, das macht schon Sinn. Ich hoffe, ich labere da nicht zu viel Dreck. Und das ist alles so nachvollziehbar, was ich da so von mir gebe. Hoffe ich doch mal. So, Hochgeschwindigkeits-Kammer. Und ich denke, so lange macht der Kollege hier auch nicht mehr. Gut, man sollte ein bisschen ordentlich spielen können und ausweichen können. Und nicht alles Mögliche hier schlucken an Schaden. Aber ihr seht es, vor allem für mich macht es jetzt gerade echt ein bisschen Spaß. Ich habe jetzt so viel Hammer, so viel Fäuste gespielt. Ist einfach auch cool, mal wieder was anderes zu zocken. Und auch zu sehen, wie stark das eigentlich funktioniert. Wie stark die Waffen eigentlich sind. Macht richtig Laune. Könnt ihr so testen. Ich denke, die zwei Builds sind absolut in Ordnung. Absolut nachspielbar. Vielen Dank an Oni und an Shadow. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.